Okay, Trimmer Tycoon. Wir drücken einfach mal auf Play. Und schauen mal was jetzt abgeht. Yeah, ich bin schon ein bisschen gespannt. Ah, okay. Jetzt muss ich die Borde rasieren. Holy shit. Einfach so ohne Einführung, ohne gar nichts. Ich muss nicht einfach herrsitzen und drauflos rasieren. Der Raben. Scheisse, jetzt habe ich den Kack. Sorry, Bro. Ich habe die Borde zerstört, Alter. Shit. Warb. Ähm. Röttlich, wie machst du Röttlich? Ah so, logisch. Dunkelrot. Pink. Braun. Jetzt wird es pink. Äh. Ja, ich würde sagen. Okay. Ja, hat die Kohle gegeben, so wie es ausgesehen. Ich weisse gar nicht, nehmen wir den nächsten. Holy fuck. Okay, okay. Okay, okay. Er hat in der Mitte. Würde ich sagen, wir rasieren ihn einfach mal zuerst. Überfressen. Oh, jetzt habe ich ihm zu viel abrasiert. Hahaha. People. Ich bin der Worst Barber ever, Mann. Ich rasiere ihm jetzt einfach mal alles ab. Schauen, ob er etwas zu reklamieren hat schlussendlich. Hahaha. Done. Game over. Time survived. Beards shaved 2. Decoration place 2. No. No. Äh. Honey earned. Fuck. Okay. Fine. Also in der Steam Beschreibung steht, dass man da auch mit der Zeit angestellt haben kann. Und so weiter und so fort. Aber äh. Weiss das nicht. Ich weiss das nicht. Ich kann nicht so scheiße sagen. Das ist bei mir im Gesicht selber wesentlich einfacher. Shit. Das habe ich schon wieder verkackt. So. Auch gar nicht so schlecht. So kommt das nicht schlecht. So kommt das nicht schlecht. Ein bisschen rein. So. Ah, der Buss ist. Ich würde ich sagen. Der Kohle, ich mich. Fuck! Da haben wir noch. Barbara herstellen. Noch genug. Room for more employees. Alright. Fucky. Alright, brother. Na mal schauen. So. Ich habe gerade herausgefunden, dass wir hier noch ein Werkzeug wechseln können. Irgendwie funktioniert das auch wirklich besser. Ich mache es jetzt einfach hardcore. Wieder völlig falsch, man. Shit. Und jetzt noch Farbe. Ein bisschen lila. Äh, etwa so. Gut, hat mir gefallen, so wie es aussieht. Ha, 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 oh shit. What's next? Yo. Alright, my man. Gerade unten rasieren. So, jetzt sehen wir mal, wo es eigentlich gefressen ist. Das hier. Alles wegschneiden. Uh, shit. Also auch. Also auch. Irgendwie so in die Richtung, oder? Ja, super. Das Teil ist einfach extrem breit, man. Es ist extrem scheiss. Schwer. Hehehehehehehe. Hehehe. What the fuck? Genau. Muss eigentlich alles hoch sein, ne? So. Bunkler. Na ja, passt. 152 hat es gegeben. Heil. Okay, next. So, alles wegrasieren. So. 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 Dann auch noch ein bisschen. So. Ja, fast noch ein bisschen mehr da. Gut, kommt gut. 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 So. So ist nicht schlecht. Hehehehehe. Er hat noch Kohlen gegeben. Scheisse gar. Alter, was habt ihr für Wünsche, Mann? Shit. Das ist alles weg. So weg. So weg. So weg. So, das ist nicht schlecht, das würde ich sagen. Perfect, perfect. Oh shit, man. Hey, Junge, es tut mir so leid, dass ich Rüri Bartel verzeuhe, Mannen. Oh, so ein Crap, Mann. Ich schicke das nicht, wie das mit dieser Scher funktionieren sollte. Das ist nicht grundschlecht. Vielleicht können wir es schneller machen. Scratching. Es muss gar nicht perfekt sein. Einfach so ungefähr so. Jetzt machen wir Business, jetzt machen wir Business. Jetzt habe ich das System verstanden. Hier. So funktioniert das. So funktioniert das. So funktioniert das. Bam. Businessman. Das ist natürlich auch der absolute Hammer. Muss ich eigentlich. Passt, würde ich sagen. Passt. Sitzt her, Baby. Sitzt her, Mann. Ich rasier dir alles. Okay. Wie? Wie? 300 Franken. Ja. Wie, wie? 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 Concentrating! Ugly as fuck würde ich sagen. Scheisse Gott! Baudry! Passt! Woo! Das ist einfach. Wird Business gemacht, jetzt wird Business gemacht. Business! Business! Rot weg, blau weg, mit Grün dazu und dann passt das. Ich weiß, ach, was? Ich war da gerade 14, ich war nicht verdammt. Ach, was? Nach der Tour. Tschüss! Wooo! Oh, 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 das ist ein schwieriges Spiel. Blau, BAM, hier ist es echt. So, oben, 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 oben. Natürlich grün, hier. So, next, next, next. Hey, hier unten schon, Misere. Das ist der gleiche Vorteil. Ja, passt. 32. Oh shit. Endlich mal einer, wo ein anständiger Board tut. So. So. Hier noch die Kante schneiden. Hier noch die Kante schneiden. Das sieht doch gar nicht so scheisse aus. Die Kante weg. Blau, so, ja, ja. Sehr nice, sehr nice. Aufereine, Mann. So. Da ist alles im Weg. So, noch ein bisschen so. So, noch so. Die Mitte auch noch Kante. Okay. Die Musik ist schon der Hammer im Hintergrund. Hier. Eigentlich mal so Kante gemacht. Ein bisschen hier auf der Seite gehabt, bis es sich gehört. Natürlich eine andere Farbe. Ja. Ja. Ja, ungefähr so. Ein bisschen kleiner und ein bisschen anders. Aber es ist ungefähr so. 152. Ja. Och. Fresh as fuck! Grün und rot, nein, grün und rot geht braun, 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 ja, kann man ja noch Zeug kaufen? Okay, okay, ja, ich würde sagen, kaufen wir mal eine Pflanze, sagen wir mal, dass wir mal eine gekauft haben, so da, ja, das ist wieder heftiges Fuck, ne, weiss nicht so ganz, dass wir das bringen, ehrlich gesagt, 16, alter, what the fuck, ja, kostet mich das so viel, was soll der Fuck, blö, will ich das schaffen, ich kann ja gar nicht mehr, ich habe immer zu wenig Geld, fuck it, 31, per trasiert, 15 Minuten überlebt, 2 Decorations platziert, Money earned 5008, Employees 0, ja, hu, ich würde sagen, das wäre es für den kurzen Einblick ins Trimmer Tycoon, yeah, ja, das einzige Spiel auf Steam mit Bart. um wie Untertitelung des ZDF, 2020